Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Crypto and More. Heute mal ein ganz anderes Thema. Heute gehen wir mal auf einen Community-Wunsch ein und zwar von Marcel. Das werde ich jetzt noch nicht vorlesen. Es wird um Geld auf jeden Fall gehen. Viel Geld, kann man schon mal so viel sagen. Also danke schon mal an Marcel. Props gehen raus. Vielen, vielen Dank für den Vorschlag, den werden wir uns heute auf jeden Fall annehmen. Soll euch natürlich auch da draußen erst einmal zeigen. Wenn ihr Vorschläge habt für einen Podcast, schreibt uns das gerne in den Telegram-Gruppen, unter dem YouTube-Video oder generell irgendwie. Lasst uns das zukommen. Wenn ihr Vorschläge habt, gerne jederzeit. Wir werden auf jeden Fall darauf eingehen. Ihr wisst ja, Manu ist 24-7 erreichbar. Ich bin 24-7 in Telegram erreichbar. Ihr wisst ja Bescheid. Und damit auch herzlich willkommen, Benji. Wir sind weiterhin in der dritten Aufnahmesession. Weiterhin ohne René. Wie gesagt, ist verhindert. Das habt ihr ja letzte Woche schon gehört. Aber wir nehmen immer ein paar Folgen im Voraus aus. Weil zu dritt Zeit zu finden, ist immer ein bisschen schwer. Auch bei uns, in unserem Alter. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen. Alles klar bei dir. Ja, mir geht's sehr gut. Ja, genau. Das wird mit steigendem Alter nicht einfacher. Und man mag's kaum glauben, aber zu dritt von denen dann einer auch noch eine Tochter hat, der halt auch nicht immer kann und so. Und der andere ist YouTuber und der andere macht Podcasts und Streams und keine Ahnung was. Und alle sind immer busy. Ja. Ja, es ist nicht einfach. Und dann gibt's ja auch noch so Leute wie mich, die frühzeitig schlafen gehen und sowas. Ich weiß, ihr wollt ja immer, dass ich frühzeitig schlafen gehe, damit Bitcoin pumpt oder sowas. Kenne ich ja. Das find ich aber gut. Ich hab immer gedacht, ich muss das mal so hinkriegen wie Manu eigentlich. Und jetzt, dadurch, dass ich mehr oder weniger dazu gezwungen werde, weil meine Tochter geht dann halt schlafen und ich dann die Zeit nutzen muss, in der sie schläft, dass ich dann da auch schlafe, weil ... Ja, ist nicht verkehrt. Ein geregelter Tagesablauf. Boah, das ist auch eine gute Folge. So ein geregelter Tagesablauf. Ich schreib mir das mal auf. Ist immer mal ganz gut. Ja, richtig gute Folge. Ich bin da nämlich, das ist nämlich tatsächlich eine Disziplin, in der ich richtig schlecht drin bin. So ein geregelter Tagesablauf. Und wo witzigerweise meine Tochter es jetzt geschafft hat, dass wir, meine Frau und ich, einen wesentlich geregelteren Tagesablauf haben. Aber das ist ein Thema für wann anders. Ja, die können mal, ich hab's mir jetzt grad mal aufgeschrieben, da können wir bestimmt noch mal ein bisschen so Gedanken machen. Das ist immer ganz gut, immer mal so ein bisschen Notizen nebenbei zu haben. So, auf jeden Fall, heute geht's darum, ich lese einfach mal die Nachricht von Marcel vor, ist schon ein bisschen länger her. Wohin mit dem Geld nach dem nächsten All-Time-High? Wie reagieren, beziehungsweise damit umgehen, wenn plötzlich viel Geld auf dem Tisch liegt? Denke, es ist ein wichtiges Thema. Siehe Lotto-Gewinner, die ihre Kohle schnell, ja, verzocken. So hat er es geschrieben. Und ich fand das Thema eigentlich echt gut, weil jeder von uns, ich sag jetzt einfach mal drei, René hat auch schon Bullrun mitgemacht, du hast einen Bullrun mitgemacht, ich hab einen Bullrun mitgemacht. Und grundsätzlich steht eine Menge Geld zur Verfügung, du musstest dir halt natürlich auch auszahlen, wenn du, äh, ich weiß nicht, hast du dir was ausgezahlt beim letzten Bullrun? Also viel, sag ich jetzt einfach mal, oder hast du alles drin gelassen? Ich hab mir tatsächlich was auszahlen lassen, ähm, ganz zum Schluss. Und ich bin sowas von froh, dass ich das wenigstens gemacht habe, weil sonst hätte ich noch mehr Kohle verloren. Also ich hab, ja, ich bin ja immer noch im Minus, muss man ja mal so sagen. Ich hab's, ich muss das ja mal zugeben, ich bin ja nicht so wie Manu. Äh, weil ich einfach dann auch einfach irgendwann keine Zeit mehr hatte und beziehungsweise, ja, dann, ich war ja erstmal, ich hatte diese ausgebrannte Phase, wo ich erstmal dachte, äh, nee, gar keinen Bock mehr. Dann kam, dann fing's gerade wieder an, dann hatte ich wieder Bock, dann funktionierte es gerade wieder so, dann kam die FTX-Scheiße. Bis ich dann ja jetzt irgendwie, gut, jetzt bin ich Vater und jetzt hab ich eh keine Zeit mehr zum Traden. Also ich hab einfach keine Zeit mehr auf den Chart zu gucken. Jetzt mach ich die Swing-Geschichte und jetzt hab ich das erste Mal so ein bisschen das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Aber ich bin immer noch dadurch... Sorry, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Mit Swing-Geschichte meint das Swing-Trading, ne? Nicht, was ihr jetzt da draußen denkt. Ach so, ja. Das muss ich nur mal hier ein bisschen klarstellen, weil wir wissen ja hier nicht, ne? Also Freunde. Ja, das stimmt. Gut, dass du das gesagt, gut, dass du das klargestellt hast an der Stelle. Ne, aber um's kurz zu machen, ja, ich, ähm, äh, was war deine Eingangsfrage? Tut mir leid. Ob du was ausgezahlt hast von deinen, äh... Ja, genau. Ich hab also dann doch noch was ausgezahlt und das war auch richtig gut so. Und das war auch nicht wenig, was ich mir halt auszahlen lassen. Das war gut, dass ich das gemacht habe, ja. Das war, äh, von dem, ich hab ein Sand-Trade ganz zum Schluss gemacht. Also ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Ja. Ganz zum Schluss hat der Sand-Token nochmal gepumpt. Und da hab ich dann, äh, tatsächlich richtig gut Gewinne mitgenommen, nicht wenig. Und, äh, hab mir die auszahlen lassen auch direkt. Also damit nicht die Gefahr bestand, dass ich die direkt wieder nochmal verzocke. Und das war so das Allerrichtigste, was ich im ganzen Bullrun eigentlich gemacht hab. Leider auch das Einzige. Alles andere hab ich nämlich falsch gemacht. Aber, ja, es war schon gut. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich hab nicht viel ausgezahlt, weil ich immer, ich war dumm. Ich war einfach komplett dumm. Ich hab mir schon Sachen ausgezahlt, weil's halt auch einfach steuerfrei war. Weil, warte, wann hab ich angefangen? 2020. Bullrun Ende war, glaub ich, Ende 2021 rum, oder? Grob, ne? Ja. Ja. Also war eigentlich so ziemlich alles dann, äh, steuerfrei. Ähm, hab mir dann auch ein Teil ausgezahlt. Nur, ich hatte damals auch schon mal auf Thema Mindset wieder so ein bisschen zurückzukommen. Beziehungsweise es wird auch irgendwann mal noch eine extra Folge werden. Hatte ich einfach noch nicht dieses Mindset, um einfach zu sagen, jo, solange du diese Gewinne nicht realisierst, hast du halt auch keine Gewinne, ne? Du, es ist immer schön und gut, du bist in deiner App und siehst so, jo, heute mal wieder 50% gemacht und sowas. Geil, ich bin reich, ich kann alles. Äh, ja, man muss sie natürlich auch, ähm, ja, realisieren, diese Profite. Und darum soll's halt jetzt im Endeffekt auch gehen, wenn ihr viel Kohle plötzlich habt. Ne Exit-Strategie haben wir, glaube ich, in der dritten oder vierten Folge schon mal ein bisschen, äh, angesprochen, wo wir zumindest mal kurz angeteasert haben, oder ich, ich weiß nicht, ob du's auch gemacht hast, aber wo ich zumindest mal angeteasert habe, dass ich zum Beispiel bei Altcoins einfach mal, sobald die 100% pumpen, zumindest den Einsatz rausmach. Damit ich... Nochmal ganz kurz für die Steuerbehörden, falls die uns hier zuhören, ich wollt's auch nur nochmal ganz kurz dazu sagen, natürlich hab ich mir was auszahlen lassen, aber ich bin immer noch netto im Verlust. Achso, ja, ist wichtig, aber generell, ihr solltet alle eure Steuern machen, ne? Nur mal so, also, irgendwann kommt's raus und dann habt ihr nämlich am Arsch was schicken, ne? Ja, aber, ähm, ich mein, es gibt ja auch genug andere Token wie Meme-Coins oder so, wo du dann plötzlich dann doch mal irgendwie einen Haufen Kohle beiseite hast, oder generell, es muss ja nicht immer nur Krypto-Gewinn sein, es kann Lotto-Gewinn sein, es kann sein, dass du anders irgendwie zu Geld kommst. Ich glaub, das Erste, was du in so einer Hinsicht machen solltest, weil ich da auch so ein bisschen Erfahrung vielleicht sprechen kann, für mich, ihr wisst, ich hab damals 500 Euro angefangen, für mich waren einfach mal schon 2, 3, 4.000 Euro eine Menge oder ein Arsch voll Geld einfach, ne? Und, ähm, bei solchen Sachen ist es dann halt, oder war's für mich schon mal gut, einfach die Kohle erstmal ein bisschen liegen zu lassen. Also, es klingt vielleicht jetzt einfach zu einfach, aber lass es erstmal liegen, sprech vielleicht auch erstmal mit niemandem da drüber, weil, äh, man weiß, nee, dann wirst du, ah ja, cool, jetzt hast du 4.000 Euro und so. Und da auch wieder so ein bisschen Thema Mindset, wenn du schon ein bisschen weiter bist als manch andere Person, boah, cool, du hast 4.000 Euro, lass mal ein bisschen shoppen gehen, lass mal das machen so, dann ist die Kohle halt einfach schnell wieder weg. Und ich glaub, das hat auch Marcel mit der Nachricht eben gemeint, so wie bei Lotto-Gewinnern gibt's genug Beispiele, die Leute gewinnen im Lotto, das Geld ist nach einem Jahr wahrscheinlich weg, weil sich ein Ferrari gekauft wird, weil sich was weiß ich was gekauft wird und man halt einfach über seinen Verhältnissen lebt. Und deswegen... Ja, da hab ich gerade, ja? Genau, da hab ich gerade so ein Beispiel von so einem Briten, der im Lotto gewonnen hat, der war irgendwie vorher, äh, Müllmann gewesen, hat im Lotto gewonnen, hat irgendwie 4 Jahre lang wie der König in Ägypten gelebt oder wie der Pharao in Ägypten oder was auch immer, äh, also war in Bordellen und alles, hat verhurt, verkokst, ver alles, hat wirklich ein Lebenshaus rausgeführt, 4 Jahre lang und ist danach wie der Müllmann gewesen. Und ich meine, den haben die interviewt natürlich auch, der kam dann in den Medien und so, äh, ich weiß seinen Namen grad nicht mehr, aber ihr wisst, also wenn ihr das verfolgt habt oder dann wisst ihr wahrscheinlich, von wem ich rede, das ist so ein Typ aus Großbritannien gewesen, ähm, oder, der lebt noch, ähm, der sagt, er, er bereut das nicht, er sagt, er hatte die geilsten 4 Jahre seines Lebens, wo ich sage, und viele andere auch, haben das dann auch gesagt, du hättest aus den 4 Jahren aber locker 8, 9 oder 10 machen können, wenn du es geschickt angestellt hättest und nicht gleich alles verprasst hättest, so nach dem Motto, ne, also wenn man so viel Geld gewinnt im Lotto, 4 Millionen oder 5 oder 6 Millionen oder 10 Millionen und man das einfach nur halbwegs vernünftig, äh, anwende, ich rede jetzt gar nicht davon, dass man unbedingt dafür, damit anfangen soll, jetzt hier, äh, zu traden oder so, das ist auch eine sichere Art, das Geld wieder zu verlieren, ne, aber, äh, einfach nur sich mal, äh, überlegt, in Immobilien, Immobilien ist eigentlich so mit der, eine der selbsten Sachen, Immobilien in großen Städten oder in, in so Rand, in so Städten, die so gerade auf dem Sprung sind, so Leipzig, Halle vielleicht, oder da kann man sich auch erkundigen, was da gerade, was da gerade für Großstädte gibt, die noch nicht explodiert sind immobilienmäßig, die noch kurz davor sind, wo es sich lohnt, in Immobilien zu investieren, äh, dann hat man einfach ein viel einfacheres Leben, der ist jetzt halt, vier Jahre lang hat der, wie Gott, in Frankreich gelebt und ist jetzt wieder Müllmann, ist halt auch ein bisschen schade, finde ich, aber. Das ist halt die Frage, die Frage ist halt von Marcel ziemlich offengestellt, muss man schon sagen, weil, ja, es gibt Leute, wie das Beispiel, wo du jetzt genannt hast, die sind absolut glücklich damit, die haben das erste Mal in ihrem Leben Geld, ja, und die genießen ihr Leben, spricht nichts dagegen, es soll jetzt hier nicht in dieser Folge geben, dass wir euch straight sagen, wie ihr mit eurem Geld umgehen soll, darum geht's nicht, aber einfach Möglichkeiten nennen, wie ihr es im Endeffekt machen könnt, ihr könnt es natürlich genauso, wie Benji das jetzt gesagt hat in dem Beispiel, das komplette Geld verprassen, nur die Frage ist, werdet ihr auf Dauer glücklich, genießt ihr nur diesen Moment, oder wollt ihr euch im Endeffekt jetzt, wir sind gerade in einem Bärenmarkt, wollt ihr euch jetzt schon Gedanken darüber machen, wie euer Leben nach einem möglichen Bullrun, der vielleicht jetzt schon startet, vielleicht erst in einem Jahr nach dem Halving oder sowas, wie euer Leben danach aussehen sollte, das sind schon mal so Gedanken, die sollte, da habe ich auch ein Buch gelesen, ich weiß nicht, ob es in Think and Grow Rich von Napoleon Hill, gibt es jetzt übrigens auch auf Deutsch, lese ich derzeit, ich weiß aber nicht, ob es da drin stand, dass man reich denken soll, aber man soll halt nicht unbedingt, also man soll sich schon Gedanken machen, wie es wäre, wenn du Geld hättest, damit du dich darauf vorbereitest, wenn du dann das Geld wirklich hast, das ist glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, auch in deinem Kopf, Beispiel, du hast jetzt beispielsweise einfach mal 10.000 Euro in Krypto da drin, Bitcoin macht 10x, einfach jetzt nur mal als Beispiel, du hast dann 100.000 Euro auf Kante, du zahlst dir alles aus, dann hast du auf einen Schlag mal 90.000 Euro mehr und das ist glaube ich noch ein geringer Betrag, wenn man manche Leute hört, wie viel die in Krypto drin haben, das sind 100.000 mal nichts, aber für dich, vielleicht als normal arbeitender Bürger, hast du plötzlich 100.000 auf dem Konto, ist es schon eine Menge Geld und das kann viele überfordern, ich meine, ich kann es damals schon von der Ausbildung in den normalen Beruf, war für mich ein Haufen Kohle, Geld wird ausgegeben und sowas und sich jetzt lieber schon Gedanken zu machen darüber, finde ich eigentlich die Frage an sich top von Marcel, weil es wirklich Sinn macht, sich jetzt Gedanken zu machen, als wenn du das Geld dann hast, weil dann bist du wahrscheinlich hilflos überfordert, du hast 100.000 Euro auf dem Konto, dir fallen 100.000 Dinge ein, die du damit kaufen kannst, gehst du in den nächsten Audi oder Mercedes Laden, kaufst dir erstmal ein Auto, ist die Hälfte oder das Dreiviertel vielleicht sogar schon weg. 100.000? Da kannst du eine Menge mit anfangen, du kannst dir theoretisch auch schon eine Immobilie kaufen. Ich finde, das Wichtigste ist vielleicht, wir gehen jetzt mal ganz am Anfang, du bist ein normaler Bürger, vielleicht hast du Schulden, zahl deine Schulden ab. Damit lässt es sich auf jeden Fall schon mal besser leben, auch wenn du dann nur noch 95.000 oder 90.000 Euro hast, mal als Beispiel, hast du immer noch einen Arsch voll Kohle, aber zahl deine Schulden ab, damit es in deinem Kopf schon mal frei ist, du bist schuldenfrei, das gibt dir schon mal ein ganz anderes Gefühl, du hast niemanden mehr, der dir im Endeffekt sowas sagen kann, hey, du hast hier noch Schulden, kümmere dich erstmal darum und sowas. Wenn du sie abzahlen darfst. Wenn du sie abzahlen darfst, natürlich, aber es gibt auch bei Immobilienkrediten in kleinen gedruckten Nummer, so vielleicht Interessen halber für dich, gibt es auch klein gedruckte Sachen, dass du deinen Immobilienkredit auch ganz schnell abzahlen kannst, mit einer Strafe von, ich glaube, ein paar Tausend Euro nur. Ah, ja gut, stimmt, es gibt diese Zinsstrafe dann. Ja, aber die ist so minimal, so viel Zinsen zahlst du in deinem Leben auch mit 4, 5 Prozent nicht. Also informiere dich da mal für den nächsten Bullrun. Guck, du kriegst hier auch noch Tipps, weil ich habe diesen Tipp nämlich schon mal weitergegeben. Du, super, ich habe auch, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, tatsächlich bei dem WBS, wenn ich mal das sagen, den Namen nennen darf. Kennst du den? Nee. Okay, ja, das ist der YouTube-Ansalt schlechthin, also der hat über 900.000 Abos und der hat auch gesagt, schickt mir eure Verträge zu, ich gucke nach Lücken und wir gucken, ob wir euch da früher raushauen können. Im Moment ist es tatsächlich bei mir gar kein Interesse da, da früher rauszukommen, weil die Zinssituation einfach so scheiße ist. Ja, natürlich. Aber ja, das ist gut zu wissen. Also interessant. Wusste ich nämlich, ich wusste zwar, dass man die früher abbezahlen darf, aber ich dachte, dass diese Strafe dann so hoch ist, dass sich das quasi nicht lohnt. Aber wenn du jetzt sagst, eigentlich schon. Kann man sich ganz easy ausdenken. Und dann kommt die Bank, woher wissen sie das? Das habe ich von Kryptomano gelernt und Benji. Nee, Spaß. Da gibt es, glaube ich, auch genug so auf Instagram, die genau diesen Spruch jetzt bringen. Deswegen wollte ich den auch einmal. Ja, die Verträge sind aber auch echt sowas von endlos lang und mit so viel bearbeitet. Ja, ich weiß. Das steht aber relativ weit vorne. Also guckt euch das gerne mal. Also wenn ihr dann die Code habt natürlich. Deswegen, um aufs Thema Schulden jetzt wieder zurückzukommen, zahl die Schulden als erstes ab. Das ist der erste Step. Es ist vielleicht noch so ein interessanter Nachtrag, als wir über das Thema Schulden gesprochen hatten in unserem einen Podcast. Stimmt. Weil ich die ganze Zeit so, ja, nee, Schulden, ich mache doch keine Schulden und so. Und Manu auch so, ja, keine Schulden, keine Schulden. Und nach dem Podcast dachte ich mir so, Moment mal, ich habe einen Arsch voll Schulden, weil ich meinen Hausarbeiter zu haben muss. Und im Grunde genommen, glaube ich, ich meine, jeder, der Eigentum hat, hat, glaube ich, Schulden. Ich glaube, keiner kann sich so ein Eigentum bar auf Kralle leisten. Ich kenne einen, der sich das bar auf Kralle leisten konnte. Der hat tatsächlich keine Schulden und hat ein Haus, weil der schon früh mit Aktien angefangen hat einfach. Richtig geil. Ich habe leider mega spät selber mit dem ganzen Scheiß angefangen. Bin ja erst über Krypto zu dem Zeug gekommen. Aber der hat sich halt seiner, weil sein Vater schon sich mit Aktien beschäftigt hat, hat er sich seit seiner Kindheit damit auseinandergesetzt. Und der hatte einfach mit 40 richtig viel Kohle schon. Einfach nur durch Hoddeln, Aktienhoddeln. Ich rede hier nicht von Kryptohoddeln oder Bitcoin kaufen early, sondern einfach nur Aktien. Weil auch der Aktienmarkt, wenn man sich das anguckt, das geht immer weiter hoch. Wenn man da einen S&P 500 oder einen MSCI World ... Das ist jetzt eigentlich so der zweite Punkt, den ich jetzt auch vorgeschlagen hätte. Ja. Ein Teil des Geldes würde ich ... Beispiel, wir sind jetzt so bei den 100.000 Euro. Jetzt mal abzüglich, ihr habt Schulden und so was, die zahlt ihr natürlich ab. Aber wir bleiben uns mal bei diesen 100.000 Euro, weil das, finde ich, ein schöner Ding ist, es ist sich aus der Welt geworfen oder so. Würde ich auch einen Teil, würde ich jetzt einfach mal behaupten, 25 bis 30 Prozent in dem MSCI World, der in den letzten, ich glaube, 20, 30 Jahren ungefähr grob ... Natürlich habt ihr starke Jahre, ihr habt Scheißjahre, so wie jetzt letztes Jahr, dieses Jahr wieder stark. Aber grundsätzlich hat so ein ETF, MSCI World, sieben bis acht Prozent Rendite gemacht. Das kriegt ihr bei keiner Bank. Ja. Keine Riester-Rente, gebt euch das. Keine Bank, gebt euch das. Das kriegt ihr nirgendwo. Und das ist ein MSCI World, und das muss man sich nur mal anschauen, über die letzten, wie der sich in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Das ist einfach ... Gut, ich sage ja auch immer wieder im Chat, nix ist safe. Und zu sagen, das ist safe, ist vielleicht ein bisschen ... Ich will es vorsichtig formulieren. Es ist fast safe. Und es ist ... Selbst jemand wie Warren Buffett hat gesagt, jemand, der ein S&P 500 outperformt mit seinem Portfolio, ist schon ... Das ist schon selten. Das gibt es ganz selten. Und diese Trader, die das schaffen, die so ein MSCI World outperformen, das ist selten. Man meint immer, ja, Trader, da wird man viel schneller reich, und ich will mit Hebel, da werde ich auch viel schneller reich. Weil das ist immer das Risiko, Risk-Reward, dieses Abwägen zwischen ... Du kriegst nichts geschenkt. Wenn du schnell reich werden willst, gehst du dementsprechend hohes Risiko ein. Wenn du damit zufrieden bist, wie Warren Buffett beispielsweise, der das auch immer gesagt hat, der Fehler, den die meisten Leute machen, ist, die wollen schnell reich werden. Keiner will langsam reich werden. Keiner hat die Geduld dazu. Aber wenn ihr jetzt ein gutes Startkapital habt, so wie Manu das sagt, ihr habt jetzt, keine Ahnung, im Lotto 100.000 gewonnen, oder ihr habt jetzt im nächsten Bullrun, macht ihr 100.000K, dann holt das raus aus den High-Risk-Assets. Verpulvert das nicht wieder im Krypto. Diversifikation. Diversifikation ist hier das Zauberwort. Ja, Diversifikation. Krypto ist ein High-Risk-Asset. Und das muss man einfach fairerweise sagen. Auch wenn ich natürlich pro Krypto bin. Ich meine, sonst wäre ich ja nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Sonst wäre ich nicht in diesem Podcast. Sonst wäre ich nicht in den ganzen Krypto-Gruppen und so. Ich meine, ich habe ja überhaupt nichts dagegen. Aber ich versuche immer nur wieder klarzumachen, und da hatten wir auch eine heiße Diskussion im Chat, das ist ein sehr, sehr hohes Risiko. Und Altcoins sind ein noch viel größeres hohes Risiko als Bitcoin. Das ist einfach, das ist auf der Hand. Das ist ein unbestreitbarer Fakt. Würdest du mir, sag ich mal, zusprechen jetzt mal, also wir wären jetzt so bei den 25 bis 30 Prozent MSCI World, also so ETF, so ein Welt-ETF und so was, kann man natürlich noch ins Detail gehen. Was ich euch da nur ein bisschen raten würde, geht nicht zu eurer Bank. Es gibt Neobroker wie Trade Republic, Scalable, da zahlt ihr Scheißgebühren auf Sparpläne oder sonst was. Eine Bank bietet euch den gleichen, ich will jetzt nicht Müll sagen, weil es kein Müll ist, der ETF an sich, aber ihr wisst, was ich meine da draußen. Eine Bank nimmt dafür noch Gebühren, und die Gebühren holt ihr nie wieder rein. Also macht das lieber für euch selber, mit irgendeinem Neobroker oder irgendwas anderes. Ja, fragt einfach bei Manu in der Gruppe. Ja, oder so, wir haben auch genug Leute, die auch Aktien seit Jahren besparen. Aber macht nicht den Fehler, macht euch von der Bank abhängig und so, dann kommt ihr wahrscheinlich nicht raus, und dann drehen die euch noch was an. Leute, nur ein bisschen selber Finanzen beibringen. Genau, und ihr habt nicht die Hoheit über euer Geld, vor allen Dingen. Genau, dann kommen sie in den Geschichten. Das ist ganz wichtig. Also nur nochmal so als kleiner Tipp. Ja, genau. Würdest du mir zustimmen? Das sind auch unnötige Gebühren, die man bei Banken zahlt, weil die wollen natürlich sich immer was für sich abzwacken, dafür, dass es einfacher ist für euch. Würdest du mir zustimmen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, von diesen, ich sag jetzt mal, 100.000 haben wir jetzt noch 70.000 bis 65.000 übrig, würdest du 10% wieder in Krypto reinstecken, weil ich würde es so machen. Weil, jetzt kommt meine Erklärung dazu, warte, bevor du antwortest. Meine Erklärung dazu ist eigentlich nur, du hast mit 10.000 Euro beispielsweise angefangen, hast 10x gemacht, und dann langsam wieder vielleicht mit, machen wir vielleicht 10 bis 15% von dem Kapital, dann wieder in Krypto, weil du hast ja im Endeffekt nichts mehr verloren. Natürlich, diese 10.000 Euro, die du dann wieder reinsteckst, können weg sein, aber mit einem humanen Risk von 10 bis 15%, aber du hast ja immer noch einen Haufen Gewinn. Das Geld ist nicht weg, ne? Also nur mal so als Erklärung. Genau, da wäre ich auf jeden Fall bei dir. Aber nicht all in gleich am Anfang wieder, auch vielleicht so auf, vielleicht sparplanmäßig so über die nächsten 12, 24 Monate einfach, so würde ich das dann machen. Nicht alles all in nehmen, genau. Nehmt euch von mir aus 10.000 oder von mir aus 20.000, mit denen ihr dann wieder in Krypto geht. Aber macht das nicht all in. Und vor allen Dingen nicht mit Hebel. Ja, das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn ihr jetzt Altcoins, wenn ihr jetzt die Altcoin-Verfechter seid, und ich bin da, was mich persönlich angeht, ich bin, was Altcoins angeht, ein bisschen vom Glauben abgefallen. Es tut mir leid. Ich bitte um Verzeihung. Es ist aber so. Aber wenn ihr Altcoins wollt, dann steckt nicht gleich alles in Altcoins, weil das ist einfach, wie gesagt, Altcoins, ihr könnt mal ein Pepe erwischen, ja. Und dann Gönnung, Alter. Ich gönne das wirklich jedem, jedem, der im Pepe war und mit Pepe jetzt zum Millionär geworden ist. Cool. Aber es wird nicht jeder zum Millionär. Es funktioniert nicht. Ja. Es ist, ich erkläre, ich erkläre das jetzt nochmal einmal, hier im Podcast. Es ist, stellt euch das so vor, es ist ein Topf in der Mitte und es kommt zehn Leute und jeder wirft zehn Euro in diesen Topf. Und dann kommt einer und nimmt sich 90 Euro raus. Und die restlichen neun Leute müssen mit den restlichen zehn Euro unter sich aufteilen. Und jetzt so. Und der eine, der freut sich und sagt, oh, ich bin reich geworden. Jetzt an dem Beispiel, der hat jetzt 90 Euro, ist jetzt nicht reich, aber macht das einfach mal, mal eine Million, dann hat der jetzt 90 Millionen. Und die anderen, die haben alle einen Arsch voll Geld verloren. Gut, die haben dann immer noch zehn Millionen, aber die sind. Ja. Aber ich weiß auch, was du hinaus willst, ja. Es ist wichtig, also auch da natürlich bei Krypto-Diversifikation, außer ihr seid jetzt absolut Bitcoin-Profi oder sowas, da natürlich in Bitcoin die zehn bis 15 Prozent vielleicht für euch. Aber wie gesagt, wir wären dann so beim MSCI World, also ETF 25 bis 30 Prozent, Krypto 10 bis 15 Prozent. Und was ich mir jetzt auch noch aufgeschrieben habe, was hältst du von Gold und Silber? Weil da bin ich momentan so ein bisschen mehr so scharf drauf, würde ich jetzt persönlich, wenn ich jetzt 100.000 Euro hätte, auch 10 bis 15 Prozent physisch, bitte nicht jetzt, ich kaufe bei irgendeinem Neo-Broker hier Gold oder sowas, nee, wenn dann wirklich physisch, also wirklich richtiges Gold und Silber, würde ich jetzt auch sogar 10 bis 15 Prozent machen. Ja, also ich bin derzeit, ich muss das mal ganz, ganz klar sagen, weil ich meine, du weißt ja schon meine Situation, ich habe halt dadurch, dass ich derzeit so viel von meinem Kapital in Immobilien oder in meiner eigenen Immobilie, Immobilien hört sich so an, als hätte ich jetzt hier, keine Ahnung, fünf Häuser, ich habe halt nur das eine Haus, wo ich dran wohne, aber das ist, das ist eine ziemlich gute, ich meine, das ist hier in Bremen, das ist eine ziemlich gute Lage, in Bremen wachsen die Immobilienpreise, trotz dessen, dass sie gerade generell eigentlich zurückgehen, weil Bremen einfach gerade eine Stadt ist, die so, ne, in der Nähe von Hamburg, da sind die Leute, ist ja auch egal, was ich damit sagen will, ich habe da sehr viel Geld in dieser Immobilie gebunden im Moment und dadurch, dass ich, die Zinssituation gerade richtig scheiße ist, also für mich scheiße und meine Zinsbindungsfrist auch nicht mehr so lange läuft, bin ich im Moment dazu gezwungen, tatsächlich alles, was bei mir frisch reinkommt, das spare ich und stecke es in die Sondertilgung, um meine Zinsen, um meine, um meine Restschuld so stark wie möglich zu drücken, dass falls dann die Zinsen noch weiter steigen jetzt. Dann wären wir ja wieder bei den Schulden. Genau, weil, aber das meine ich jetzt gar nicht, es geht ja darum, dass wir, wenn du jetzt diese 100.000 hättest, jetzt zur Verfügung, scheiß auf das Haus jetzt mal gerade ganz kurz. Ach so, ja, darum geht es. Ja, sorry, dann bin ich, sorry, dann bin ich gerade völlig falsch unterwegs gewesen. Deswegen habe ich dich jetzt unterbrochen, sorry. Ja, nee, ist auch richtig so. Ich habe ja komplett an der Thematik gerade vorbeigelabert. Sorry dafür, aber ja, dann würde ich auf jeden Fall auch was in Gold stecken, weil ich meine, das ist Diversifikation, wie Manu vorher schon sagte. Geht ein bisschen in Aktien, sucht euch einen vernünftigen ETF, von mir aus den MSCI World, ist so der einfachste, würde ich mal so sagen und auch einer, der nicht schlecht performt, steckt vielleicht ein bisschen noch in Gold und Silber und ansonsten, also wir da die Aufstellung genau machen wollt. Ich denke, das kann sich jeder selber überlegen. Ich persönlich würde wahrscheinlich ein bisschen mehr in Aktien als in Gold und Silber stecken. Ja, sowieso, also ich habe das jetzt so gewichtet, mal jetzt als Musterportfolio, jetzt einfach mal 25 bis 30 Prozent ETF, 10 bis 15 in Krypto, dann wären wir so bei 45, 50 Prozent jetzt mal circa und dann noch Gold und Silber auch 10 bis 15 Prozent. Dass es wirklich so diversifiziert ist, dass du den ETF, da kommst du jederzeit ran, Gold, diese 10 bis 15 Prozent, ist schon ein bisschen aufwendiger dann teilweise wieder zu verkaufen. Krypto ist halt High Risk mit den 10 bis 15, kann aber natürlich dir auch wieder High Profits und sowas schenken. Deswegen finde ich diese Gewichtung eigentlich so ganz gut und wir wären dann jetzt... Aber Moment, aber da komme ich jetzt nicht auf 100. Nee, sind wir auch noch nicht. Ach so, okay. Wir haben jetzt immer noch circa, sag ich jetzt einfach mal, 40 Prozent übrig und da würde ich einfach jetzt auch mal behaupten, 10 Prozent Gönnung, weil 10.000 Euro hast du eingesetzt, 10 Prozent davon, von den 100.000 sind halt auch wieder diese 10.000 Euro und du musst dir auch mal was gönnen. Es bringt dir nichts, wenn du 100.000 Euro hast, dir oder deinen Liebsten nicht auch mal was gönnst und sowas, von dem Geld einfach. Frönt dem schnöden Mammon. Ja. Konsum. Ja, nee, ist aber auch wirklich so und ist glaube ich auch für den Kopf ganz, ganz wichtig. Man muss sich auch mal belohnen. Richtig. Man muss auch, wenn man hart gearbeitet hat, muss man auch, soll man sich auch belohnen, durchaus. Das ist auch nicht verkehrt. Kauft was Schönes für euch, kauft was Schönes für eure Frau, fahrt mal einen schönen Urlaub, kauft was für eure Kinder. Erfüllt euch Wünsche, so kann man es eigentlich ja ganz gut zusammenfassen. Genau. Da finde ich 10 Prozent finde ich eigentlich sehr, sehr gut gewichtet, weil es genau das Risiko ist, was du damals eingegangen bist und dann, du sollst jetzt nicht alles auf einen Schlag vielleicht. Gut, wenn ihr euch ein Auto kaufen wollt, dann ist es was anderes, aber wenn du diese 10 Prozent auch gewissenhaft investierst und jetzt nicht wirklich alles verkonsumierst, nur weil du jetzt jeden, jetzt kannst du jeden Tag shoppen gehen, also davon reden wir nicht, aber einfach mal dir selber was gönnen, persönlich, dass du dich glücklich fühlst und sowas, tut einem persönlich auch gut und ist auch meines Erachtens, so unseres Erachtens, denke ich jetzt einfach mal, sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann wären wir noch bei 30 Prozent und die 30 Prozent ist halt jetzt schwer mit 30.000 Euro Immobilie kaufen, würde ich sogar sagen, würde sogar gehen, aber ich würde sogar sagen, von den 30 Prozent vielleicht muss man, ist schwierig, weil Immobilie ist halt schwer mit 30 Prozent noch zu finanzieren, wobei ich immer noch, sage ich mal, scharf auf Immobilien bin, muss ich schon ehrlicherweise sagen, weil es nicht schlecht ist fürs Alter, vielleicht kriegst du eine billige Ein-, Zwei-Zimmer-Wohnung, dafür kannst du ja dann theoretisch wieder Schulden aufnehmen, da spricht ja nichts dagegen und sowas, aber du hättest schon mal eine Anzahlung und hättest dann aber auch noch, du solltest nicht die restlichen 30 Prozent, weil da hast du kein Bargeld mehr, das wäre jetzt auch fatal, aber vielleicht auch 10 Prozent vielleicht dann in der Immobilie und die anderen, sagen wir mal, 10 bis 15 in der Immobilie und 10 bis 15 einfach Bargeld haben, damit du einen Puffer hast, weil die 10 bis 15.000 Euro, die hast du als Puffer, weil du weißt nie, was passiert. Es kann auch sein, du kommst nicht an dein Krypto, du kommst nicht an dein Gold, du kommst theoretisch auch nicht so schnell an eine Immobilie dann, die zu verkaufen. Hast dann noch dein MSCI World als, sage ich mal, auch noch Sparkonto in dem Sinne, da kommst du jederzeit ran, wenn du es über zum Beispiel einen Neobroker machst, aber ein Puffer ist verdammt wichtig. Ein Puffer mindestens, normalerweise sagt man glaube ich so drei, vier Monate Nettogehälter als Puffer zu haben in deinem Job, wo du verdienst, sollte immer auf der Seite liegen. Zumindest die Leute, die das natürlich können, es sollte aber grundsätzlich immer drei bis vier Monatsgehälter immer auf Seite sein, weil man weiß nie, was passiert und das sollte dann auch im Endeffekt auch mit diesem Geld mindestens drin sein. Ja, ja, nee, sehe ich auch so, ja. Ist ganz, ganz wichtig. So hat man sich diversifiziert, also und, ja genau, wenn man die Chance hat, also wenn man die Chance hat, in Immobilien zu gehen, für mich ist es der große Favorit, weil du kannst halt vermieten, du kriegst die Miete, ich kenne, ich kenne auch tatsächlich Leute, die das so machen, und die haben sich ein ganzes, die haben sich, also das ist im Prinzip so ein Kartenhaus, was die sich aufgebaut haben, also es ist auch mit Arbeit verbunden und ein Risiko ist das auch, also die, die, die haben sich ein Haus gekauft, haben das vermietet, haben sich das nächste Haus gekauft, von der Miete finanzieren sie den Kredit und so weiter. ist auch grundsätzlich, ist es nicht verkehrt, nur man muss halt, Immobilien ist halt, müsste man eigentlich nochmal so ein anderes, müsste man eigentlich sogar auch mal ein Extrathema machen, finde ich, weil das ist so umfangreich, ich meine, wir haben ja selber Immus, vielleicht hat René auch da noch ein bisschen was mit, ich habe es jetzt mal als extra Punkt aufgeschrieben, weil das ist halt sehr umfangreich, es gibt, ich kann da vielleicht auch mal jemanden einladen und so, wenn der Bock hat, so als Person, wenn ihr da draußen Bock hättet, zwecks Immus und sowas, wäre vielleicht ganz interessant, weil ich habe da jemanden an der Hand, zufälligerweise. Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt es mal in die Kommentare gerne, wenn euch das Thema mal interessiert mit Immobilien und sowas, können wir da gerne auch mal eine eigene Folge, weil wenn wir das jetzt auch noch ausführen, auf welche Risiken da gibt, auf was man achten sollte und sowas, weil das können wir echt ewig wieder, sag ich mal, hochpushen jetzt dieses Thema. Würde ich es jetzt einfach mal so belassen, oder? Ja, zum Thema ewig, wir sind deutlich drüber. Ja, wir sind schon wieder ewig am Aufnehmen. Wir haben uns, wir haben jetzt extra die letzten, wir haben extra versucht, die Folge etwas kürzer zu machen, aber irgendwie, wir kommen immer in ein Redner Drall da draußen. Ja, nee, deswegen würde ich sagen, wir machen Immus einfach nochmal einen extra Podcast, da können wir auch nochmal viel quatschen, auch Risiken natürlich, weil klar, Immus sind schön und gut, aber es ist auch viel, viel Risiko und da könnte ich dann vielleicht auch mal noch ein bisschen mehr mit den Themen befassen, was vielleicht auch in der EU 2028 und so auf uns zukommt, neue Gesetzgebung und sowas. Da würde ich dann nochmal ein bisschen einfach einen extra Podcast draus machen und, also wir bleiben, um den Kreis jetzt ein bisschen zu schließen, 100.000 Euro, du hast jetzt die Kohle, 30 Prozent mindestens MSCI World, um es einigermaßen sicher anzulegen, mit, sag ich mal, jeweils wenig Drawdown, 10 bis 15 Prozent Krypto, 10 bis 15 Prozent Gold, Silber vielleicht mal als Hedge noch, weil Gold und Silber haben sich auch immer bewährt, die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende und auf jeden Fall 10 Prozent Gönnung, gönn dir auch was von deinem Geld, von deinen Gewinnen da draußen, auf jeden Fall muss sein, auch für den Kopf und der Rest, wie gesagt, Immobilien, werden wir nochmal einen extra Podcast machen, aber auch drei bis vier Monatsgelder, natürlich, wenn das Geld dann für mehr reicht, wir sind hier jetzt von 10 bis 15 Prozent ausgegangen, wenn es für mehr Monate reicht, Hauptsache, du kannst deinen Lebensunterhalt auch mal in schwierigen Phasen davon decken, ist es natürlich auch Bombe. Und damit, ich meine, klar, gerade wenn man selbstständig ist, sollte man über die Gewichtung nochmal nachdenken, vielleicht ein bisschen anders noch, aber ja. Aber es ist mal ein grobes, sag ich mal, Musterportfolio, sag ich mal, für normal arbeitenden Bürger, wo es einigermaßen sicher aufgebaut ist und dir trotzdem, du vielleicht in, wie gesagt, wie es Benji am Anfang gesagt hat, du wirst, viele wollen schnell reich werden, aber ich glaube, mit so einem Portfolio baust du dir auch vielleicht auch mal ein paar Jahre eher, dass du in Rente gehen kannst an, das ist auch sehr, sehr vielen wichtig, die vielleicht auch nicht so lange arbeiten können, auch mit Jobmäßig und sowas. Du bist vor allen Dingen nicht mehr von der staatlichen Rente abhängig, wenn du dann soweit bist. Das wäre auch ein geiles Thema. Also wenn du das konsequent machst, so. Auch ein geiles Thema. Ja, das ist, du bist von, weil du kriegst vom Staat nichts, also nicht wirklich, ein bisschen was, aber nicht wirklich was. Ja. Also, ja. Nee, also ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet, Marcel, und auch für euch da draußen konnten wir euch einen Haufen Mehrwert hoffentlich geben, wie wir uns das vorstellen. Und damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge dann wieder, vielleicht eins von den neuen Themen, mal schauen, schauen wir mal so ein bisschen. Aber, ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, auch für euren Supporter draußen. Freut uns riesig, macht uns riesen Spaß, das immer wieder aufzunehmen. Und das letzte Wort hast wie immer du, Bändchen. Ja, ich wollte dazu auch noch sagen, wir freuen uns auch immer super über Feedback in der Gruppe, wenn ihr uns sagt, hier, die Folge war, war geil, oder auch wenn ihr uns sagt, die Folge war vielleicht nicht so geil, oder was wir besser hätten machen sollen, war die Folge, sind die Folgen vielleicht zu lang, sollten wir vielleicht weniger quatschen. Auch das, sagt uns, sagt uns das bitte gerne alles. Wir wollen die ungeschönte Wahrheit, ihr kennt mich, ich sag selber immer gerne, die ungeschönte Wahrheit. Und, äh, genauso bin ich auch dafür offen, dass ihr mir, oder uns jetzt an der Stelle, die ungeschönte Wahrheit, ich denke, Manu, ich rede da auch für Manu mit, dass er auch da kein Problem mit hat. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sind dann mal raus für heute. Und genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.